Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema D3-Einleitung. D3 steht für Data-Driven Documents und ist eine freie JavaScript-Bibliothek für webbasierte Visualisierung. d3js.org heißt die URL der Webseite von D3. Unter Examples findet man eine Galerie mit vielen Beispielen, die zeigen, was man alles für Visualisierungen mit D3 erstellen kann. Auf der Startseite von D3 gibt es eine kurze Einleitung. Im Wiki entdeckt man eine Menge Tutorials, sogar Online-Bücher über D3. Und bei Codecademy findet man auch eine Lektion mit dem Thema D3. Wenn man D3 lernen möchte, sollte man sich mit HTML, CSS, SVG und JavaScript auskennen. Als Einstieg erkläre ich, wie man ein Balkendiagramm erstellt. Dabei konzentriere ich mich auf das Wesentliche, auf die Balken, alles andere Überschrift, Beschreibung lasse ich weg. Ich habe eine Webseite mit 5 Div-Containern. Jeder Div-Container gibt einen Balken mit einer Breite von 500 Pixeln und der Hintergrundfarbe grün wieder. So sieht die Webseite dann aus. Bevor wir anfangen, muss die D3-JavaScript-Bibliothek in die HTML-Datei eingegliedert werden. Entweder per Internet. Dazu muss ich einfach diese Script-Zeile von der Startseite in meine HTML-Datei kopieren. Oder lokal, wie das hier der Fall ist. Hierfür lade ich die D3.zip-Datei herunter und entpacke D3.js oder D3.min.js. D3.js ist hier im gleichen Verzeichnis, wo auch die D3.html-Datei ist. Die lokale D3.js-Datei wird per Script-Tag, siehe hier Zeile 7, geladen. Die D3-Anweisungen werden in einen Script-Tag geschrieben. Mittels D3.select kann ich ein Element markieren. Zum Beispiel hier das Element Body. Mit dem angehefteten Style verändert man CSS-Eigenschaften. Und zwar hier die Hintergrundfarbe. Speichern und so sieht dann meine Webseite aus. Per D3.selectAll in Klammern Diff, siehe Zeile 18, werden alle vorhandenen Diff-Elemente markiert. Speichern und ausführen. Durch Data in Klammern Liste wird die Data-Liste an die Diff-Container gebunden. Die Änderung der CSS-Eigenschaft Breite wird hier mit einer Funktion durchgeführt. Der erste Diff-Container bekommt die Breite 4x10 Pixel. Der zweite Diff-Container 10x10 Pixel. Der dritte 20x10 Pixel. Der vierte 34x10 Pixel. Und auch der letzte 14x10 Pixel. Speichern und Seite laden. Die Funktion Transitions, Klammer auf, Klammer zu, hilft beim Animieren der Transformation. Speichern und Seite neu laden. Das sieht man hier kaum. Und dazu, damit ich das besser sehen kann, kommen jetzt noch folgende Elemente hinzu. Mittels Punkt Delay in Klammern 1000, das heißt eine Sekunde, wird eine Pause eingelegt. 1000 Millisekunden, eine Sekunde. Per Duration, Klammer auf, hier mal 2000, 2000 Millisekunden, also 2 Sekunden, bestimme ich die Dauer. Speichern und Seite neu laden. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Ciao und viel Glück!